Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Mieter, Zuschauer hier und im Stream. Ein Wohnungsaufsichtsgesetz zu erarbeiten gehörte zu den primären Handlungsempfehlungen auf der Landesebene der Enquete-Kommission Wohnungswirtschaftlicher Wandel und neue Finanzinvestoren auf den Wohnungsmärkten NRW. Zu Recht wurde diese Enquete-Kommission auch in dieser Legislaturperiode noch einmal eingesetzt, um die wichtige Arbeit der Vorrägen fortzusetzen. Ziel war es natürlich, am Ende auch zu handeln. Mit dem Gesetzentwurf zur Neuregelung des Wohnungsaufsichtsrechts hat die Landesregierung zumindest einige Punkte der Handlungsempfehlungen aufgegriffen. Aber nur sehr zaghaft und so, dass es nicht wehtut. Es ist erst recht nicht im Landeshaushalt. In der Stellungnahme der Stadt Frankfurt zum Gesetzentwurf wurde von sehr guten Ergebnissen des hessischen Wohnungsaufsichtsgesetzes berichtet. Man muss allerdings bedenken, dass dort etliche Vollzeitstellen in dem Bereich eingesetzt werden. Ganz anders sieht es bei uns aus. Das Land will kein Geld ausgeben. So kommt es also darauf an, ob die Kommunen entsprechende Prioritäten setzen wollen und vor allem finanziell können. Das ist abgeschobene Verantwortung und sozusagen eine Konnexitätsangst. Die Sachverständigen in der Anhörung haben uns in einigen weiteren Kritikpunkten bestärkt. Die wichtigsten sind die Bußgelder, die sind zu niedrig angesetzt. Und es gibt weiterhin kein verpflichtend zu führendes Instandhaltungskonto. Das könnte man natürlich auch an anderer Stelle noch regeln. Und wir haben vor allem aus den entsprechend praktizierenden Nicht-NRW-Städten wie Hamburg und Bremen in der Anhörung gehört, wie wichtig und empfehlenswert nicht nur die Wohnungsaufsicht, sondern auch ein Zweckentfremdungsgesetz sind. Beide Instrumente sind Grundlage dafür, dass alle anderen Maßnahmen im Mietwohnungsbereich zur Senkung der Mieten und zur Vermeidung von Schrottimmobilien sowie das Handeln gegen unhaltbare Zustände überhaupt funktionieren. Es geht dabei durchaus auch um die Schaffung einer brauchbaren Datenbasis, um Maßnahmen wirkungsvoll anwenden zu können. Und es geht um Aufmerksamkeit für die Missstände. Aufmerksamkeit in der Verwaltung, im Einzelfall, aber auch Aufmerksamkeit in der Politik und in der Öffentlichkeit. Insofern gut, dass die Wohnungsaufsicht nicht einfach im WfNG-NRW versteckt wurde. Schade, dass wir hier noch nicht uns dazu durchringen konnten, ein neues Zweckentfremdungsgesetz beziehungsweise eine landesweite Verordnung auf den Weg zu bringen, wie von uns vor einem Jahr bereits schon gefordert. Das Wohnungsaufsichtsgesetz wäre hier die ideale Gelegenheit dazu gewesen. Aber Frau Schleckenburger sagte ja bereits, da kommt noch was bei der Umsetzung der Enquete. Die Zweckentfremdungsverordnung in nur zwei verantwortungsbewussten Städten helfen uns landesweit erst mal so nicht weiter. Vor dem Hintergrund der Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission gibt es also noch eine Menge zu tun. Insofern hoffe ich, dass die Landesregierung und natürlich auch wir hier im Landtag die Arbeit auf diesem Gebiet fortsetzen. Der Gesetzentwurf geht zaghaft in die richtige Richtung und wir wollen diesem halben Schritt im Sinne der Mieter nicht entgegenstehen. Ich empfehle daher, sich der Stimme zu enthalten. Zu einem Ort, Eigentum verpflichtet, hätte ich Herrn Fussel auch durchaus nach Anhörung und Ausschluss mitgegeben. In dem Entschließungsantrag der CDU ist ja der Fokus ein bisschen verschoben. Viel hergibt allerdings dieser Entschließungsantrag nicht. Man mag vor allem Punkt Nummer 5 zustimmen. Das Problem habe ich ja auch ebenfalls benannt. Herr Ellerbrock hat es auch eben benannt. So falsch ist der Beslussteil nicht. Man kann aber, die Frage ist, kann man einem Antrag zustimmen, in dem das Wort Armutsmigration vorkommt. Mag ich dem Kontext zustimmen? Ich sage für mich nein. Und ich würde mich in diesem Fall dann auch persönlich diesem Entschließungsantrag enthalten. Vielen Dank soweit. Vielen Dank, Herr Kollege Bayer. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Roschek.